Herzlich Willkommen im ZMITZ-DRI Wir sind alle schon ganz fest aufgeregt auf unseres Erntedankfest Gleichzeitig ist das Erntedankfest auch unser Tag der offenen Türen Es beginnt am 28. Oktober an, am Morgen um 10 Uhr mit einem kleinen Brunch und hört so um die Vierchen herum Es sind herzlich alle eingeladen ob grosse oder kleine, wir haben für alle etwas Wir werden ein wenig basteln Wir können zum Beispiel mit Mausgummi kleine Trocken basteln Oder wir haben noch zwei Stühle offen gelassen Wir wollen diese Stühle, die wir ganz kreativ gestaltet haben, versteigern Und wenn noch jemand einen Wunsch hat Denn das wird ein Projekt sein, das wir ein 5-Gang-Menü werden anbieten Ein ganz besonderes, mit einem roten Faden, doch alles durch Und... Wir sind offen, wir haben noch eine Ping-Pong-Maschine Die hat den APAD organisiert Die ist jetzt leider Monik da Die kommt erst Freitag zu oben Aber das macht auch Heiden Spass Die Popcorn-Maschine ist noch da Die Zuckerwatte ist noch da Wir tun auch wieder viel, viel fotografieren Die, die jetzt unser Film nicht gerade gesehen haben Wie ich hier gelernt habe, fotografieren in wilder Bewegung Werden stolz darauf, ich kann sie jetzt Also, schaut rein Ich würde mich freuen, die Kinder würden sich freuen Und die Mitarbeiter sowieso Bis bald, bis am Samstag Auf Wiedersehen Abonniert Abonniert Abonniert